so Hallihallo Hallöle da bin ich wieder ich hab mir gedacht ein Völkchen machen wir noch mal bevor ich dann mir ein Präuschen gönne in der Zeit kann ja war da ein solides Tuch drin ne hab ich mich nur verschaut solide Tücher brauche ich noch zwei Stück ah jetzt bräuchte ich glaube ich noch eins wenn ich noch ein solides Tuch finde dann kann ich mir endlich die Kairanrüstung machen oh ja oh ja mal schauen was in Akt 2 der Endgegner sein wird ne wenn es in Akt 1 der Kairan war vielleicht eine Riesenharp hier ich meine Sukobus haben wir schon erledigt und da ist noch Pechdraht mein Schwert könnte ich mal ziehen schon wieder da auch was ist denn los damit tut mir leid damit kann ich nichts anfangen was habe ich jetzt bekommen für einen Buff aha ich weiß es nicht kommt ja mehr alles Magie oder Gefahr das kann ich dir nicht sagen hier war doch ein Nest da ist doch ein Harpchen-Nest was kaputt wie komme ich da hin wie komme ich da hin mit den Harpchen-Fallen könnte ich das Nest wahrscheinlich zerstören habe ich noch doch habe ich noch ich pass mal auf das hat es nicht gebracht auf jeden Fall brauche ich jetzt echt die Harpchen-Fallen dafür das ist doch scheiße kann es doch nicht sein öffnen Schlüssel erforderlich hier ist doch die tollen Harpchen-Nesten und das kann ich nicht zerstören brauche ich die Harpchen-Fallen für und irgendwie kann ich das wahrscheinlich aktivieren ist das ein Rätsel mit Armwasser auf jeden Fall nicht hmm das Medaillon schlägt aus da immer bei diesen Steinen das Medaillon schlägt aus ich kann ja aber nichts machen hmm Wo komme ich hier hin? Noch ein Nest. Oh. Schlüssel erforderlich. Ah, super. Okay. Also hier ist auf jeden Fall ein Harpinest, das ich nicht zerstören kann. Ja, ja, das Medaillon. Stein, noch ein Stein. Hier ein Stein, da ein Stein. Nein, das ist wohl ein magischer Ort, an dem wir hier sind. Mehr weiß ich jetzt aber auch nicht. Kann nicht viel mit anfangen. Kann ich nicht viel mit anfangen. Naja. Okay, ich dachte, hier unten finden wir jetzt noch was. Aber das war's, dann wollen alle Harpin tot. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Ich glaube, wenn wir uns doch rein, sind wir auf jeden Fall schneller. Kommt mir zumindest so vor. Dann rollen wir uns mal hier weg, ne? Würden seine Hennen abschlachten. Stirb Henne. Oh, hat's nicht gebracht. Okay. Vielleicht finden wir ein anderes Nest, das uns weiterbringt. Wo weicht in Form bei dieser Schlucht. Hier sind nur die... Ja, hier. Hallo. Zoppel Philippe. Hör auf. Was ist denn los? Ich dumm. Ja, ich weiß das Liebe gut. Ja, liebe gut. Liebe gut. Das Medaillion schlägt die ganze Zeit aus da unten. Da muss ich mir nochmal anschauen, was man da vielleicht machen könnte. Jetzt will ich erstmal... Ne, da komme ich... Wo komme ich da hin? Wo komme ich da hin? Ne, da... Das ist falsch. Moment. Ich brauche die Karte. Ich will ja weiter Harpien finden. Und dazu war ich denn schon. Irgendwo bei der Schlucht. Was haben wir hier? Was ist das? Kann man mir nicht... Ach, eine Schenke ist das. Okay. Hier haben wir die aktuelle Quest. Da ging es rein. Gehen wir mal da lang. Da hoch. Und dann da lang. Da lang. Da komme ich nicht lang? Ah, da komme ich nicht lang. Okay, wo sind wir denn vorher lang gelaufen? Zu dieser einen großen Schlucht zu kommen. Hier runter nicht. Okay. Ich habe gerade ein paar kleine Orientierungsschwierigkeiten. Hm. Nee. Bin ich denn da lang? Hier? Nee, hier war das... Das da. Hier oben. War das hier richtig? Das sieht... Nee, das ist auch falsch. Hier waren wir auch gerade. Hä? Hä? Da lang? Hä? Alter. Äh. Hä? Okay. Ich habe gerade mit massiven Orientierungsproblemen zu kämpfen. Hm. Ich will zu dieser Schlucht, an der wir vorher waren und diese Leute getroffen haben. Wo war denn das? Wo war denn das? Was war hier? Hm. Da komme ich nicht hin. Kann mich nur hier auf den Wegen bewegen. Da ist ein Schiff. Nee. Da komme ich nicht hin. Mehr habe ich wohl auch noch nicht entdeckt, ne? Es ist plötzlich Tag geworden. Oder heller. Das könnte mir ja beim... Dabei helfen. Nee, hier ist der Nebel. Da komme ich nicht weiter. Okay. Der Nebel. Da komme ich auch nicht weiter. Und ich bin einfach noch zu dumm dafür. Kann natürlich auch sein. Hier geht es auch nicht weiter. Hier komme ich wieder nach Wergen in die Stadt rein. Was aber auch nicht der Plan ist. Hä? Hä? Oh Mann. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Okay. Dann gehen wir zurück nach Wergen. Nee, Moment. Nee, Moment. Jetzt wählen wir uns erstmal wieder eine Quest aus. Eine, die wir machen können. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Falls der Ladebildschirm vorbeigeht. So, wo ist Triss? Das können wir nicht machen. Königliches Blut. Ja, ich muss alles machen. Offene Rechnungen kann ich nicht machen. Symbol des Todes, Symbol des Hasses. Machen wir. Fangen wir von unten aus an. Erledigen wir das. Mit Cessil sprechen. Das machen wir. Sprechen wir mit Cessil. Okay, das war da lang, ne? Ihr habt wahrscheinlich immer noch keine soliden Tücher. Ich verneige mich. Huch. Was war das denn? Hängt der? Nee, der hängt nicht. In der Kneipe rum. Hängt der rum? Wo hängt der rum? Erstmal auf der Karte schauen. Hier bin ich. Ich muss hoch. Dafür muss ich da rein. Zumindest. Irgendwo rein muss ich. Nee, da nicht. Hier komme ich aber auch lang, ne? Ja, hier komme ich auch. Okay, ah, das ist kompliziert. Man denkt, wenn man hier so rumläuft, dann verläuft man sich mal ganz schön schnell. So, aber Cessil, den finden wir noch. War das Cessil? Cessil, ja. Ich weiß, dass du eine Frau bist. Holdemind. Steht der hier schon rum, der Cessil? Ah ja, hallo. Der Hexer ist an Bord. An die Arbeit, ihr bärtigen Kameraden. Ach so. Dann gehen wir jetzt hier runter. Okay, dann gehen wir mal runter. Habe ich wohl nicht ganz mitbekommen vorhin, als ich das alles übersprungen hatte. Wir kriegen bestimmt ein bisschen Geld zusammen. Wir werden es uns merken, Cessil. Nein, nicht mehr. Geld. Können wir langsam Geduld? Nicht mit der Tür ins Halt. Du und dann geschwaben. Kann ich jetzt rein? Dann gibt es keinen Schlaf. Hier rein? Ah, ich glaube, ich bin richtig. Speichern. Hier bin ich, glaube ich, richtig. Ab in den Berg. Nee, ich will eigentlich nicht die Zwergen im Hotel. Jetzt habe ich schon wieder ein Leben im Untergrund. So, weil das Hass ist. Damit haben wir angefangen. Oh, Alter. Kommt der rein? Das wäre gut. Halt! Der geht nicht durch. Ich muss mit dir erst über das Symbol sprechen. Ich habe es sich jetzt verpisst. Hat er sich jetzt echt verpisst? Der hat sich verpisst, der kleine Wichser. Okay. Ja, ich muss mit dir über das Symbol des Hasses sprechen. Vorher lasse ich dich nicht gehen. Sie braucht Hilfe. Philippa will ein Gegengift herst. Vielleicht eine Farnblüte? Oder einen steppenden Regenwurm, was? Hör mal. Ich habe keine Ahnung von Magie. Aber mir fällt da ein Ort ein. Gern. Im Wald hinter Wergen. Such nach den Ruinen. Es ist ein Ort, der... Können sie nicht verwählen. Okay, danke. Warum so verdrießlich? Saskia ist zäh. Nee, 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 nee. Danke, Drost. Wer hat sie eigentlich verdieftet? Darauf kommen wir gar nicht. Erstmal den Typ zu finden, der sie verbindet hast. Okay. Cecil, ich war... Hast du an dieser Felsschlau... Und ob... Philippa meinte, du solltest ein... Hänselt, dieser Schwachkopf, den manche König nennen, war der Ansicht, dass Eddern von Memmen bewohnt ist. Okay, okay, bla, bla, bla. Laut Hänselt ist Obererderdern uraltes Erbe der Krone... Ja, oh, so ein blöder Mixer. Das und mein Arsch. Vor 700 Jahren waren die Elfen hier. Vor einer Million Jahren die Würmer. Na, da könnte ja jeder... Gut. Hänselt hatte also beschlossen, Obererderd... Er kam, bezog furchtbare Dresche. Du machst das mir nicht einfach. Das war keine Schlacht, sondern ein Gemä... Im Nebel kämpfen die Geister der Gefallenen. Sie verwandeln sich in abscheuliche Geschöpfe. Trauguren genannt. Eddern, verdammt. Ich will ihnen helfen. Aber da... Also gut. Es war ein schöner Tag. Als Thundergriff nach Mittags Angriff schickte er zuerst das graue Fähnlein in den Kampf. Viele von uns haben sich beim Anblick der Standarte in die Hosen geschissen. Aber wir hatten auch eine Überraschung für sie. Im Schutz der Nacht hatten wir Feuerwelle angelegt. Ich kann bis heute nicht glauben, dass wir ihre Speer reinlegen konnten. Wenn diese Falle nicht gewesen wäre, würden wir heute nicht miteinander reden. Aber Eddern gäbe es nicht mehr. Wir haben das graue Fähnlein zerschlagen. Aber das war nur der Anfang. Ja, hört's auch mit dem grauen Fähnlein. Es ist unwichtig für die Schlacht. Was? Beim Anblick seiner Rüstung lachte uns das Herz. Dann griff Van der Griff selbst ein. Seldkirk und er trafen in der Mitte des Feldes aufeinander. Schließlich erschlug Van der Griff Seldkirk. Ein schrecklicher Tod. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber dann fiel der Himmel herab. Als wollten die Sterne selbst den Tod des großen Ritters rächen. Feuer bedeckte das ganze Schlachtfeld. Keiner interessierte sich mehr für den Feind. Alle wollten fliehen. Es gab keine Freunde und Feinde mehr. Nur noch Lebende und Tote. Es heißt, eine Zauberin aus Catven habe all das angerichtet, weil sie sich an Van der Griff drechen wollte. Ah. Da ist wohl was dran, denn Hänselt ließ sie gleich nach der Schlacht hinrichten. Oh, okay, da... Nee. Hast du den Zweikampf von Seldkirk und Van der Griff selbst gesehen? Ich war recht nah bei ihnen. Einen solchen Kampf hatte ich noch nie erlebt. Und werde es wohl auch nie wieder. Es war ihr zweiter Kampf. Zuvor, bei einem Turnier in Arkare, hatte Seldkirk den Sieg davon getragen. Van der Griff's Schwert war geborsten, sodass er aufgeben musste. Ein Ritter wie Seldkirk wird kein zweites Mal geboren. Man sagt, Van der Griff sei nach dem Turnier so zornig gewesen, dass er den Schwertschmied aufhängen ließ. Dann bestellte er bei einem Zauberer ein ganz besonderes Schwert. Oh, so einen will ich auch haben. Es war bestimmt dieses Schwert, mit dem er Seldkirk dann erschlug. Van der Griff ist tot. Weißt du, was aus seinem Schwert geworden ist? Ja, das holen wir uns. Aber ja, Saskia hat es. Und das ist auch gut so. Nur ihre Hand kann den Hass kontrollieren, der darin steckt. Nach der Schlacht, als die Flammen erloschen waren, kamen die Plünderer und stahlen, was sie kriegen konnten. Stell dir vor, in ganz Eddern gibt es kein Andenken an Seldkirk. Sein Bruder faselte etwas von Handschuhen. Uh, uh, Entschuld. Das hören wir uns noch an. Hensels Elite-Truppen. Nicht einer von ihnen hat überlebt. Der Besucher hat sie in den sicheren Tod geschickt und ihnen noch nicht mal Verstärkung gegönnt. Dieses Monster in Menschengestalt. Die Soldaten der Grauen waren echte Haudegen. Haben gewaltig zugeschlagen. Doch auf jeden von ihnen kamen sieben der unseren. Sie hatten keine Chance. Wir haben ihre Standarte erobert. Was von ihnen übrig blieb, begruben wir in der Krypte. Ja, da müssen wir ja sowieso hin. Der Krypte, da gibt es ja auch noch was, was wir finden müssen. Die Gegner, auf die Toten, muss man immer achten. Ich werde diese Standarte brauchen. Mhm. Okay. Ich danke dir, Cecil. Du hast mir sehr geholfen. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zur Aufhebung des Fluchs brauche. Frau Eilhard sagte, man bräuchte vier Symbole. Die Standarte symbolisiert den Tod. Van der Griff's Schwert, den Hass. Aber die zwei anderen... Philippa soll sie beschaffen. Sie sollte wissen, wo sie zu finden sind. Okay, dann haben wir ja schon zwei. Das Schwert ist ja in unmittelbarer Nähe. Und das Symbol des Hasses ist das Schwert. Und das Symbol des Todes liegt in der Krypte. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit Öl und ciao.